heute sind wir in london wie ihr sehen könnt und da hinten ist istambul istambul köprlisse istambul bass köprlisse ich werde heute den leuten aus düsseldorf ein paar videos von einem mädchen zeigen die ich auf tiktok gefunden habe und die müssen halt dieses mädchen bewerten was soll ich noch sagen als ich sie gefunden habe ich hab die auf der straße gefunden ich habe auch mit ihr auf instagram geschrieben und sie hat auf jeden fall bestätigt dass ich ihre videos in diesem video verwenden darf ich werde sie unter diesem video auf jeden fall verlinken ihr könnt auch bei ihr nachschauen bei ihrem kanal auf youtube und auch auf tiktok die macht da voll viele videos die ist auch da voll aktiv und ich werde auch hier irgendwo mein instagram account verlinken und auch mein snapchat account das ist das erste video was wir den leuten zeigen werden am anfang und das ist das am ende ihr könnt auch gerne in den kommentaren schreiben je sie findet jetzt fangen wir mit dem video an also ich habe schon die ersten kandidaten gefunden hier auf dem skateboardplatz wie heißt ihr julia pia also ihr könnt euren namen nennen wie heißt ihr? ich heiß Priyu Medina wie heißt sie nochmal? charlie Angelina who speak english Dan they speak english ja willst du erst deinen namen nennen? wie du weißt sie? äh vencer slush dein name? mein name? ja ich heiße vencer slush achso ihr? findet ihr sie? also von 1 bis 10 punkten also vom aussehen her? ja vom aussehen her ach so ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht wie viele punkte ist ja 8 8 ja 7 wie blimmst du sowieso? hübsch 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 von 1 bis 10 punkten 8 punkte 8 punkte 8 punkte? also 2 punkte extra war ganz hartig abgezogen wieso? wegen was? ja viel zu viel schminken das erste was ich euch zeigen werde hübsch 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 ist sie pretty? du kannst sie zurück hübsch okay also was passiert gerade hier das sind laufen? ich dachte soziale Stadt scheiß überhaupt einfach wie findet ihr die so? von aussehen her ja hübsch hübsch ja wie viele punkte hast du? 1 bis 10? ähm 8 ist sie pretty? 2 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 6 6 5 5 6 6 Ja, ich finde sie schon hübsch, ja süß. Von 1 bis 10 Punkten? So 8,5 oder 9 Punkten. Sieben, weil sie so viel Schminke auf der Fresse hat. Trotzdem, ich weiß nicht, muss man für sich entscheiden. Gut oder nicht gut? Gut. Ich finde es trotzdem noch mal 7 bis 8. Sie sind auch nicht schockiert? Nein. Ich war selber so schockiert, als ich das zum ersten Mal sah. Ich habe es ja nicht erraten. Ja, ist auch hübsch. Immer noch bei der gleichen Leinung? Oder? Ja, der Körper spielt dann jetzt eine Rolle. Sie spielt keine Rolle? Doch, doch, spielt jetzt eine Rolle. Ziehst du Punkte ab? Ja oder nein? Nein, ich will keine Punkte abziehen. Das ist doch das. Was? Was? Denk, was? Ich glaube nicht. Du kannst den Video runter cameraen. Es ist der gleiche Mann, aber nicht? Es ist der gleiche Mann. Was? Oh mein Gott. Das ist der Shop. Das habe ich gar nicht erwartet. Was? Alles mega hübsch. Wie viel Selbstbewusstsein sie hat. Ich mag sie. Ich mag sie. Es war gut. Gut. Warum? Es war gut. Das hat sie erwartet. Nein, nein. Aber es geht ja. Ja, die ist aber schön. Ihr wollt ja auch für uns dann nennen. Ja. Äh, Trio. Das geht, das geht, das geht. Sie ist so noch nicht zu. Willst du auch dein Instagram kurz nennen? Mein Instagram? Ja, kannst du gerne nennen. Also Wenceslas. Wenceslas HHO kannst du mich. Also Wenceslas und dann HHO wie Heinrich Hain. Also Wenceslas HHO. Da kannst du mich nennen. Ich glaube ich habe es verstanden. Die Namen auf Instagram. Trioi Bui. Medina KMZ. Danke, dass ich mich gemacht habe. Alles gut. Ihr könnt auch euer Instagram nennen. Ähm, 216 Juli Felk. Also. Pia M K G R glaube ich. Ja. Das war es auch nicht eigentlich. Wollt ihr auch hören zu sagen? Instagram. Äh, Cari. Angelina unterstrich ZSR. Say your Instagram name. Instagram name, ja. Ja. My Instagram? Your account for an Instagram? Yes. Cliff8723. Okay. Ja, so. J-U-N-5-N. Okay. YouTuber. Yes. Ich mache YouTube. Okay. Ja. Thank you. See you. Bye. Danke. Also Leute das war es mit dem Video. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren. Und ich wollte mich auch an die positive Kommentare bedanken, die ich unter meinem Video hinterlassen habe, bei meinem ersten Street Comedy Video. Also auf jeden Fall, ich möchte mich auch an Denison bedanken, der auf mein Video reagiert hat. Hier werde ich das letzte Video von mir einblenden. Jetzt verabschiede ich mich mit meinem Bubble Tea und nehme den Müllcontainer. Müll ist Kunst. Auf Wiedersehen. Além der